Oh, hier nochmal. Schön verarbeiten. So, dann das Holz. Dann brauchen wir als nächstes Feuerstein Ball, haben wir Feuerstein Speer. Spitzhacke habe ich die auch schon, die Feuerstein? Ne, da habe ich auch noch die alte Mauer, erst die Feuerstein Spitzhacke. So brauche ich denn meine Feuersteine jetzt hingetan, da. So, dann wollen wir mal gucken, ob wir uns alles schönes herstellen können. Ah, für Bauwerke später. Okay, also Feuerstein Beil, das hatte ich glaube ich schon. Ja, genau, das wäre das als nächstes die Spitzhacke. Die Speere, ja, ich weiß nicht, ob wir schon zu Spinnen kommen. So, dann brauchen wir auf jeden Fall Feuerstein Schwert. Dann schwer, aber kein Hammer. Feuerstein, nein, kein Hammer. Gut, dann machen wir den. Hm, die habe ich denn noch. Ah, ich habe genug, kann alles machen hier. So, die Schere machen wir dann auch. Dann haben wir doch alles. Nur erstmal austauschen, so Feuerstein Schwert. Dann haben wir, der Steinhammer brauchen wir noch. Spitzhacke kann weg. Dann haben wir jetzt die Feuerstein führen, ne. Feuerstein Spitzhacke. Ja, das weiß ich noch nicht. Das dauert, glaube ich, noch ein bisschen, bis das wir die brauchen. Finden habe ich auch noch gar nicht gefunden. Aber wir brauchen ja auch die Salamander und das Salamander, also das Leder etc. brauchen wir ja auch erstmal alle. Einen besseren Bogen können wir gebrauchen. Den können wir uns aber woanders herstellen. Ich glaube, sie müssen uns hier herstellen. Ach, da brauchen wir die Seidenfäden für. Okay. Den können wir noch nicht herstellen. So. Ne, das sind ja die Sachen, die ich alle für die Rüstung später brauche. Was ist das denn? Grashupferbein. Okay. Und dann packen wir hier erstmal das rein, was wir so nicht brauchen. Ne, die zwei Steine brauche ich. Pflanzenfasern brauchen wir für Verbände noch. Da kommt auch mal im Moment, glaube ich, alle nicht. So essen auf jeden Fall. Das lasse ich auch mal hier. So. Und ich schmeiße auch mal da rein. Steine Hammer, den brauchen wir noch. Bauhammer muss ich auch mitnehmen. Das ist Feuerstein, Feuerstein und Feuerstein. Das ist, warte mal, habe ich hier zwei Speere. Ne, Steinspeer. So, und Feuersteinspeer. So, jetzt habe ich eigentlich alles aus Feuerstein, außer den Hammer, ne? Feuerstein, ja. Ja, und den Bogen. Da brauche ich noch einen besseren. Den nehme ich auch mal for the Salver mit. So. So. Bezacke. Ja. Da müssen eigentlich Bandagen hin. So. Holzwert habe ich auch noch in der Tasche. Ne, ich habe doch kein Holzwert mehr dabei, oder? Hm, repariert der auch Sachen, die in der Kiste sind, die in der Nähe stehen. Ding kommt hier raus. Und ein bisschen sortieren hier. Hallo, viel Schittin brauche ich gar nicht mehr, dann kann ich mir die komplette Schittin Rüstung holen. Komm kurz. Achso, kurz afghan. Die Team Rüstung holen. So. Einfacher Verband, drei Stück. Fasern und Holz. Gut, das kriegen wir ja unterwegs. Dann gehen wir nochmal zum Strand, würde ich sagen. So, ja, da liegt ja auch noch eine Grabsteine, da kriegt man ja gar nicht alles mit vorhin. So. Und hier oben, der fehlt uns noch, ne? Dann haben wir eigentlich alle. Aber wie gesagt, ich bleibe jetzt erstmal hier unten in der Ecke, damit wir uns hier für den Winter die gute Rüstung machen können. Ich glaube, ich nehme ich das Schittin schon mal mit. Aber ich habe mir auch nie aufgeschrieben. Was brauchte ich denn nochmal für die Schittin Rüstung? Aber viel wichtiger ist die hier. Aber egal. So. Ich nehme Schittin mal mit. Andere brauchen wir ja hier für die andere Rüstung. Und dann müssen wir, glaube ich, auch erst noch die Gerberei bauen. Die Gerberei, was brauche ich denn dafür? Ich würde sagen, das machen wir als erstes. So, was brauchen wir denn für die Gerberei? Feuersteinfasern. Okay, verfeinertes Holz müssten wir haben. Na gut, ist auch kein Problem. Na gut, dann gehen wir nochmal ein bisschen matt sammeln. Dann tauschen wir hier mal eben die Spitzhacke gegen das Beil aus. Jetzt wird es dunkel, ne? Ne, dunkel, ist noch ganz früh am Morgen. So, wir brauchen Saat, wir brauchen ja Holz, Saat und Fasern brauchen wir. Und weil eigentlich alles hier unten. Komme ich hier runter? Ja, ohne Schaden zu nehmen. So. 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 So, wir können wir direkt unseren Feuerstein-Sperr hier ausprobieren. So. 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 So, die habe ich gesucht. Oh, da können ruhig ein bisschen mehr Fasern draus kommen hier. Oder kommen hier mehr Fasern? Ne, aber da kommen die Saaten ja raus, die brauchen wir ja auch. Ja, hallo, euch habe ich ja gar nicht gesehen. Ah, die Bienen sind mir jetzt auch überhaupt gar kein Problem mehr, bin ich vergiftet? Ne, nicht mehr. Da gibt es auch noch mal Schettin bei Haus. Brauchte ich jetzt noch mal für die Gerberei, verdammt. Nochmal. Äh, Feuerstein habe ich oben, genau. Verfeinertes Holz und Fasern. Können wir die Gerberei eigentlich bauen, ne? Den Rest habe ich oben. Und dann können wir wieder zum Strand runter, Salamandakill. Und so war es alles. Schau ich dann hier nochmal rauf. Ja. Die ganzen Fasern. Wir wollen uns da gleich noch mal ein paar Heilverbände machen. Oh. So, auf, auf geht's. Ah, ich glaube, da habe ich nicht genug von. Feuerstein habe ich auch nicht mehr genug. Dann können wir die Gerber reiht, glaube ich, noch gar nicht bauen. So, ja, haben gar nicht genug Feuerstein, okay, aber auch kein Problem. Ähm, ja. Und zack. Die Brauma. Ich meine, sie erst mal alle jetzt hier rein. Wie gesagt, das kann ich später noch sortieren. Schittin nehmen wir auf jeden Fall mit. Was brauchte ich denn noch für die Schittinausrüstung, verdammt nochmal? Kann ich das irgendwo nachlesen? Kodex. Ah, guck mal, hier, da, Herne, Kalef. So, was brauchten wir denn? Reptilienleder brauchen wir. Was brauchten wir hierfür? Reptilienhaut brauchen. Das heißt, wir müssen ja noch Wo? Sechs? Acht? Den Reptilienleder besorgen. Wie viel habe ich? Shop 2 hatte ich, ne? Wo ist es denn jetzt? Äh, wenn man doch schon sortiert hätte. Egal, packe ich jetzt erst da rein. Also, wir brauchen Reptilienleder. Dann gehen wir jetzt erst mal zum Strand runter. Was sagt denn die Uhrzeit? Ja, Mittag. Können uns im Notfall, können wir uns aber mitbauen. Was fehlt uns jetzt? Holz fehlt uns. Sind wir unterwegs? Äh, stopp. Vantage. Noch mal ein paar mal hin. Sechs Stück, sind zwar nicht vier. Und noch ein bisschen Essen mit mit. Ne, Essen war hier. Nehmen wir noch mal ein bisschen Essen mit. Da können wir direkt essen. Besten nehmen wir dann auch noch mal. So. Dann auch zum Strand. Salamander jagen. Bittin müssten wir eigentlich genug haben. Aber da kriegen wir ja auch noch ein bisschen was am Strand. Wahrscheinlich mehr als Leder. Ja. Und dann muss ich auch noch rausfinden, was diese verdammt, äh, verdammter Grashüpfer frisst. Damit ich den Sam kam. Das habe ich auch noch nicht rausgekriegt. Ja. Ja. Das haben wir wieder get łatgesetzt. Und dann können wir doch auch noch mal her. Das hat sich dann nicht so gut gebraucht. Ach so, ist es gar nicht so gut war. Da haben wir jetzt mal eine Unterricht. Hier wird es gar nicht so gut gemacht. Und das ist gar nicht so gut wie ein Anfay. Das ist so gut. Ich würde mich einfach mal so gut rauskommen. Nein, ich würde jetzt mal ansehen. Feuerstein muss ich natürlich auch mitnehmen hat es kann mir auch später holen holz brauchen wir auf jeden fall wie kann ich jetzt noch mal hier runter was da hinten das sieht so aus wie ein spinnengebiet tote bäume und da will ich noch nicht hin bin habe ich noch keine lust habe ich denn hier noch mal runter kommst du da raus mh 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 Nee, ich glaube das ist keine gute Idee. Komme ich hier wieder hoch? Ja. So, ich glaube das ist etwas ungefährlicher hier. So, wo ist mein Hammer? Da. Ich glaube, wir nehmen hier, hier gab es glaube ich Pflanzenfasern. No, hier gab es richtig viel Pflanzenfasern. Bisschen Holz brauchten wir auch noch, damit wir unser Bett gleich aufbauen können. Bitte eigentlich reiche, ne? Ja. Nööö! Nicht schon wieder Gewitter hier... was hier noch fehlt ist ein mühleimer dass man sachen auch mal wegschmeißen jetzt schon kälter ne? nützt alle nix nicht mit mir so einmal spawnpunkt kann ich schlafen ist zu kalt zum schlafen bin ich hier drunter geschützt habe ich noch gar nicht geguckt ich glaube nicht ne wisst nützt immer noch ein lagerfeuer gebaut immer noch ein lagerfeuer gebaut ne da fehlt uns natürlich holz aber noch kein s wird irgendwie aufwärmt oder so ich weiß auch gar nicht ob es sowas gibt wahrscheinlich schon aber dafür brauchen wir wahrscheinlich auch den alchimitis den habe ich auch noch nicht nahrung ist voll gesagt wir müssen jetzt einfach beten dass wir das hier überleben das gewitter ja oder friert guck mal der zittert richtig der arme gerl das ist richtig am zittern das ist mir noch gar nicht aufgefallen aber ich finde schon so die 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 regen ist ja in ordnung aber die unwetter die finde ich schon ein bisschen extrem viel wenn ruhig ein bisschen weniger sein nützt ja doch nix aber das füllt uns an leben ne ja ich glaube dann warte ich doch noch mal nicht geschützt ja ja ich weiß kann ich schlafen ja dauert nicht mehr lange dann können wir schlafen gehen ja 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 das ist manchmal ein bisschen nervig hier in dem spiel man nichts machen kann wir laufen uns noch ein bisschen warm vielleicht funktioniert das ja ich glaube nicht der einzige vorteil ist dass bei schlechtem wetter die ganzen viecher natürlich zum größten teil weg sind nicht alle aber die meisten und wie gesagt im winter bin ich auch mal gespannt ob so die tiere die dann so winterschlaf machen überhaupt dann noch erscheinen oder spawnen sag ich mal so wie bienen und so die machen ja eigentlich winterschlaf dürften dann im winter ja gar nicht außen sein ja die bäume die sind ja schon fast kann sie sind ja kahl was mache ich denn im winter wenn ich die andere ausrüstung noch nicht habe die mehr wärmeschutz gibt die uhr die die urausrüstung die gibt ja glaube ich bloß 9 wärme dagegen kälte ich die bis zum winter nicht habe habe ich dann die a karte gezogen oder ist auch noch eine gute frage kann ich endlich schlafen hier ich werde hier noch sterben ich muss was essen in meinem leben doch mal noch nie benutzt und platzierungsoptionen öffnen haben wir denn schon winter kann man irgendwo die jahreszeiten sie ist doch nacht wieso kann ich nicht schlafen wettmittag ach dir ist zu kalt zum schlafen dass ich jetzt erst auch das noch ich glaube ich werde sterben aber auch mal interessant zu sehen was so passiert wenn ein kalt wird naja ist ja hier direkt spornpunkt dann ist das ja nicht so schlimm wenn wir jetzt erben war die jahr kann man jahreszeit irgendwo sehen dass wir auch noch spielen wir nie irgendwie beistehen würde ob wir winter frühling sommer oder herbst hätten man kann es ja hier dran sehen aber im moment frag ich mich ob wir vielleicht schon im winter sind aber noch kein schnee da ist wir werden gleich sterben dann ist nur weil ich wäre und nicht schlafen gehen kann noch fünf leben und vor noch nicht ganz sagen wir haben vollmond noch dazu aber ist er noch nicht ganz der vollmond herzschlag geht auch mal schneller ich finde das so geil hier bei dem spiel ja auch das hier ja und gestorben so kann ich jetzt schlafen so alles nehmen so Untertitelung des ZDF, 2020